Natürlich haben wir uns sehr darüber gefreut, das ist das letzte Mal 2008 passiert, deshalb haben wir uns natürlich beim Heimfliegen gefreut, haben viel darüber gesprochen, haben gequatscht, haben uns auch nochmal die Highlights oder ein paar Spieler dann natürlich die Highlights und das Spiel angeschaut und ja, dann am nächsten Tag das, so wie man es immer macht, analysiert, Dinge angeschaut, die wir gut gemacht haben, die wir ein bisschen besser machen können. Natürlich kam viel dazu oder kamen Dinge auf uns zu, die wir im Vorhinein so vielleicht nicht mit dem gerechnet haben und deshalb haben wir uns schon sehr gefreut, aber wie gesagt, es war jetzt ein Spiel, es geht am Wochenende wieder weiter. Wir werden jetzt nicht heute auf den Trainingsplatz gehen und darüber uns freuen, dass wir jetzt am Wochenende in München gewonnen haben, sondern es geht darum, dass wir jetzt ins Training einsteigen und am Samstag die nächste richtig schwierige Aufgabe vor der Brust haben und da bringt uns dann nichts mehr, dass wir am Wochenende in München gewonnen haben. Dass wir uns freuen und dass das Selbstvertrauen und die Brust ein bisschen gewachsen ist, ist klar, aber wie gesagt, wir müssen Leistung bringen und am Wochenende an die Leistung anknüpfen. Die letzten Wochen auch vor dem Leipzig waren Spiele dabei, wo ich im Großen und Ganzen sage, es war ordentlich und ich war über weite Strecken zufrieden. Ich fühle mich gut gerade, es macht unheimlich Spaß gerade. Ich werde alles geben oder ich werde daran arbeiten, dass es nicht jetzt nur ein paar Wochen so war, sondern dass es auch in Zukunft so weitergeht und da weiß ich für mich selber, was ich zu tun habe und versuche da natürlich bis Ende der Saison und dann darüber hinaus einfach ein konstant hohes Level zu haben. Ich glaube, dass wir generell als Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich glaube, das hat ganz vorne angefangen. Es geht dann weiter bis ins Mittelfeld. Wie viele Bälle auch in den letzten Wochen abgefangen worden sind, die nicht auf uns, auf unsere letzte Kette gekommen sind, weil wir es davor schon geklärt haben, ist immer nicht nur ein Verdienst von der Verteidigung, sondern von der ganzen Mannschaft. Da haben wir einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. So soll es sein, so macht es Spaß, wenn du weißt, okay, jetzt hast du einen Fehler vielleicht gemacht, der Nebenmann steht da und bessert es für dich aus und das zeichnet die Mannschaft aus. Das war nicht immer so bei uns und in den letzten Wochen ist es zum Glück so, weil wir auch darüber viel gesprochen haben. Das Los, glaube ich, hat jeder Trainer oder sollte jeder Trainer haben, dass du in der Mannschaft einen Konkurrenzkampf hast und darum sollte es eigentlich gehen, dass der Trainer am Wochenende vor einer Entscheidung steht, die, egal wie sie ausgeht, für keinen einfach ist. Ich glaube, das Spiel hat das jetzt gezeigt, werten Ausfälle, wichtige Ausfälle mit Duxi, mit Leo. Deshalb hat man gesehen, die Jungs, die reinkommen, die in den letzten Wochen nicht viel gespielt haben, die wollen zeigen und sagen, hey Trainer, schau her, ich will spielen und das haben sie eindrucksvoll bewiesen. Aber es wird um die Leistung gehen unter der Woche jetzt. Das sind ein paar Trainingseinheiten. Der Trainer wird dann am Freitag oder wann auch immer, weiß ich nicht, die Entscheidung treffen müssen und wir versuchen es natürlich, den Trainer so schwer wie möglich zu machen. Wir haben von den letzten zehn Spielen, glaube ich, zwei nur verloren und das war gegen Stuttgart und Leverkusen. Also es war schon so, dass es dann auch meiner Meinung nach nicht immer einen Grund gab, irgendwas zu ändern. Ich kenne Mitch schon seit acht, neun Jahren. Ich weiß, wie er tickt, wie er denkt, wie er ist. Er ist ein guter Freund. Ich will natürlich unbedingt, dass ich mit ihm weiterspiele. Nicht nur jetzt, seit dem Spiel hat es gezeigt, sondern auch seit er hier ist, was für ein Top-Fußballer er ist, was für eine Fähigkeit er hat. Alles darüber hinaus muss man einfach sagen, dass Mitch Unterschiedsspieler ist für uns und deshalb hoffe ich unbedingt, dass er bleibt und dass die auf den grünen Zweig kommen. Ich spreche jedes Mal mit ihm. Ich frage ihn, wie es ausschaut. Ja, wie gesagt, ich probiere es, aber am Ende ist es ja immer eine Entscheidung vom Spieler. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich trotzdem nächstes Jahr noch mit Mitch zusammen spiele und wir im Weserstadion weiter flitzen können. Sechs Jahre ist schon extrem lang. Es verging extrem schnell, aber ich fühle mich hier wohl. Meine grundsätzlich habe ich immer gesagt, dass ich in Zukunft irgendwann mal gerne was anderes machen würde oder mal was anderes gerne sehen würde, wie es im Fußball so halt einfach ist. Aber was dann passiert, wie es im Sommer, wie es im Sommer darauf, wie es irgendwann ausschaut, kann ich nicht sagen. Da muss man immer abwarten, was passiert. Aber ich bin nicht ohne Grund sechs Jahre her. Also ich würde auch wohin gehen, wo ich mich nicht so wohlfühle, wenn es um Titel geht. Also ich glaube, sehr, sehr viele Fußballer wollen gerne irgendwann in der Karriere um Titel spielen. Ich natürlich auch. Es sind nur knapp 15 Jahre, wo du Profifußballer bist und da würde ich schon viel in Kauf nehmen, dass ich auch Titel gewinne. Ich habe mir da kein Limmel oder kein Zeitfenster gesetzt, wann das passieren muss, sondern ich versuche meine Leistungen zu bringen und im Sommer und im Sommer darauf, wenn halt die Transferfenster sind, sieht man, was passiert. Wenn nicht, bin ich sehr gerne hier und würde auch hier gerne was gewinnen. Und da müssen wir halt einfach Woche für Woche am besten so eine Leistung bringen wie gegen München. Dann kann man auch hier irgendwann mal vielleicht was gewinnen. Da müsste Ralf Rangnick selber fragen. Ich hoffe es. Ich versuche, meine Leistungen, so wie ich sie jetzt im Moment bringe, auch weiterhin zu bringen. Ich versuche, die Möglichkeiten oder die Sachen, die ich beeinflussen kann, zu machen, weil, wie ich gesagt habe, es ist ein Traum von mir und es wäre ein Wunsch. Auch wieder bald dabei zu sein. Ich habe auch bei ihm schon mal als Linksverteidiger gespielt, in der Nations League, auch Innenverteidiger, klar.